mit dem sturm karabiner mache ich eigentlich gar nicht so viel für die panzer büchse nehmen wir den mal und haben wir dann noch irgendwas gescheites an munition kampfhelm verstärkt markt 2 nehmen wir den einfach mal und die meine ich war auch wohl kampfelm powerhelme powerhelme metallrüstung mit teilhelm die dann doch nicht dafür lieber etwas munition panzerbrechend die nehmen wir alle schon mal und die nehmen wir auch alle und karabiner das können wir ihm dann noch mal verscherbeln hier die 22 er brauchen wir nicht 308 44 automatik energiezellen 533 gut akzeptieren machen wir so uff wiedersehen denn etwas show muss sein jetzt nichts wie nach hause zwar nach no weg blackrock höhle haben wir auch noch nicht entdeckt sollten wir uns vielleicht auch noch mal angucken gehen boulder beach campgrounds weil ich meine immerhin haben wir ja schon die möglichkeit alle punkte auf der karte zu sehen dann sollte man zumindest auch das ausnutzen vielleicht sollte ich auch mal veronica leer machen die hat ja auch reichlich equipment dabei und kann im grunde ja auch schon nichts mehr tragen haben sie was feines für mich ein kleid für mich ein kleid für mich das lasse ich ihr mal das lasse ich auch hier haben wir ja noch bären fallen vorst das war der korei hut elektronen akku flammen brennstoff sie hat den getlin laser noch ein kampfhelm verstärkt ja 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 minigun das was mal die fände wildwasser ein bisschen viel equipment würde ich sagen so getlin laser was braucht der denn elektronen akku da hat sich aber keine money mehr für e akku tja tut mir leid habe ich auch nichts von klamotten weg kleidung so bennys anzug lassen wir mal hier den ansehen hier müssen wir mal reparieren lassen und im grunde muss ich auch erstmal gucken ob ich ich renne hier im strahlenschutzanzug rum ist natürlich auch total sexy standesgemäß für eine frau wie mich kampfhelm verstärkt haben wir jetzt drei kampfhelm verstärkt markt 2 power rüstung was hatte veronika noch mal für eine power rüstung jetzt lassen sie nicht das schwere zeug tragen oder 51 b power rüstung der bruderschaft aber auch nicht den passenden helm dazu süß schaust du aus power rüstung der bruderschaft reparieren können wir die nicht aber dafür kriegst du dann mal den 51 b jetzt lassen sie nicht das schwere zeug tragen oder power rüstung bruderschaft und den entsprechenden helm dazu das sieht zwar nicht schicker aus ist aber richtiger power rüstung der versprengten power rüstung tesla helm tesla rüstung feldraumanzug das können wir dann noch mal mun hier lassen beziehungsweise mal mitnehmen munition die lassen wir mal hier punkt 50 nehmen wir mitnehmen 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 mit alien energiezelle lassen wir mal alle hier mal gucken wie viel wir jetzt von der alien energie energiezelle haben mini atombomben 6 da alien energiezelle 47 schuss immerhin 5 56 holspitz nie haben wir denn keine andere mehr 5 mm flammen brennstoff kann ich auch mal hier lassen energiezellen auch kamerafilm lassen wir mal hier vier raketen mf zellen jetzt haben wir im grunde nur noch die munition die wir auch so eigentlich benutzen raus hier bevor wir wieder alles nehmen und ich wieder stundenlang um sortieren muss waffen die pistole lassen wir einfach mal hier die heiligen handgranaten auch mal lasergewehr maria die minigun plasma granate splitter granate springmesser sehr schön was hat denn kaliber 12 also kann ich die kaliber 20 im grunde auch hier lassen äh kaliber 20 gut würde ich mal sagen als nächstes wo wir jetzt ja wieder frisch von fröhlich frei uns komplett ausgepackt haben kann ich eddie noch mal meine bios geben die ich hier habe damit sollten wir dann sämtliche biers für rose haben so was hatten wir denn noch hier kram war es nicht fancy let's kuchen haben wir jetzt einen haben wir jetzt einen haben wir scotch waffen bindungs ritual wahrnehmung und verlänge verletzte körperteile heilen wieder herstellen nach kampfschaden plus 10 waffenlos schaden plus 10 trefferpunkte minus 2 für 2 sekunden aha da 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 kalifornien kalifornien stammesdorf dammelsdorf raymond cave bonnie springs bonnie springs sewers red rock canyon red rock drogenküche weichherziger teufel red rock canyon also entweder kriegen wir den typen da jetzt noch von überzeugt dass die legendären nicht gut gesonnen ist den großkahn oder wir müssen das spiel neu starten ja wir sehen uns dann gleich oder morgen wieder macht's gut red rock 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 red rock